Was ist das hier? Groß mit Zehnzehn. Ah, groß mit Zehnzehn. In 300 Metern rechts abbiegen in den Bahnhofweg. Achtung, Kinder hier. Kinder, ah. 30 Meter Grund. In 80 Metern rechts abbiegen. Rechts. Die Wanderhörer tatsächlich. In 900 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. So, da kommt die Wander rein. So, das lassen wir gleich an. Bis zu dem Wald. So, die Wanderhörer in der Wanderhörigkeit. So, das ist ein Paar. So, die Wanderhörer. Fahne, Gemeindechlepko! Achtung, dritter 2.040. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben Ihr Zwischenziele erreicht. Jetzt links abbiegen. Jetzt? Oder er ist da hinten bei der Kirche drin? Ah, ich kann ja auch gar nichts mehr. 4,4 km der Strasse folgen. Ah, das sind alles. Schau mal sehr gut. Dann kommt. Ich habe mich heute auch. Aber sie haben alle geweint. Kein Giftöl oder was auch alles. Gerade auf die Strasse. Ja.